Musik Hallo, willkommen in meiner Musikschule. Wir nehmen Sie nun mit auf eine kleine Rundreise durch unsere Räumlichkeiten. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Hallo und willkommen in der ETS-Media-Store Musikschule. Jetzt werden wir die Räumlichkeiten der Schule zu Ihnen und wir hoffen, dass Sie die Reine genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt zeigen wir Ihnen unseren Video- und Unterrichtsraum. Hier können Sie die Schüler sehen, wie sie am Keyboard arbeiten, wie sie singen, wie sie sich Songtitel raussuchen und den Lehrer natürlich dabei, wie er seine Schüler unterrichtet. Musik In allen Räumen haben wir selbstverständlich Internetzugang, damit wir schwer Zugriff haben auf das weltweite Musiksystem, was sich darin befindet. Und hier im Proberaum haben wir normalerweise immer Bandbetrieb tagtäglich. Die Bands können selbstverständlich auch am Rechner ihre Musik per EP5 und weitere MIDI-Programme verarbeiten. Hier sehen Sie unseren Aufenthaltsraum für Eltern und Schüler, die auf den Unterricht warten oder Schüler, die noch keine Lust haben, nach Hause zu gehen. Die arbeiten dann ein bisschen am Computer, der bereitsteht für Sie, der natürlich auch einen Internetzugang hat oder bearbeiten an den verschiedenen Programmen auf dem Computer ihre Songs und ihre Musik. So, meine Lieben, hier befinden wir uns nun in unserem Digitalstudio-Büro-Bereich. Sie sehen hier unseren iMac mit O-Tools 8 und Sonox-Effekten, die können relativ gut mithalten mit allen normalen Tonstudio-Betrieben. Selbstverständlich bietet der iMac auch noch den Video-Editiv-Bereich, den wir, wie Sie ja sehen, auch ausfüllen. Hier finden Sie unsere ausgewählten Studio-Instrumente, die uns das Aufnehmen erst ermöglichen. So, jetzt darf ich Sie noch nach draußen bitten, meine Lieben, denn über einen so wunderschönen Wetter unterrichten wir hier selbstverständlich auf der Ferrasse. Und das, meine Lieben, das war es auch schon, wie gern ich verabschiede mich. Und das, meine Lieben, das war es auch schon.